Hey Leute, wir haben jetzt ganze 40 Minuten Zeit, um Kekse zu dekorieren und die Kekse sollen ein Geschenk werden, also sie müssen auf jeden Fall einigermaßen nach was aussehen. Und zwar hat der Nachbarsohn seine Elektrikerausbildung bestanden und seine Mutter hat mich gefragt, ob ich dafür Kekse dekorieren könnte. Die Abschlussfeier ist aber schon heute, deswegen, ja, wir müssen uns ranhalten, Leute. Ich habe eine Steckdose dekoriert, ich weiß nicht, ob das Motiv cool ist, ob das irgendwie total blöd ist, keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, ich hatte nicht viel Zeit, deswegen dachte ich so, okay, mit einer Glühbirne kann, glaube ich, schon mal nichts schief gehen. Hier seht ihr übrigens mal, wie lange das Ganze in Realtime dauert. Meine Videos sind ja, keine Ahnung, teilweise 20-fach beschleunigt worden und so lange dauert das Ganze in Wirklichkeit. Die Kekse habe ich dann schnell in meinen Dehydrator geschmissen, damit sie schneller trocknen, dann kamen noch so ein paar kleine Details und das hier ist das Endergebnis. Ziemlich basic, aber für 20 Minuten pro Keks kann sie es, glaube ich, sehen lassen.